hi dear ones welcome to naomi blackies channel and today i'll be showing you how to do a very simple no-bake recipe with very very little of few ingredients ich freue mich euch zu begrüßen und heute werden wir eine no-bake dessert was man dann auch mit wenig zutaten hinkriegen kann du fängst an mit zucker zucker 200 gramm kochen und bitte lass dein zucker nicht so lang oder so hoch erhitzt werden weil es wird dann bitter hinterher wenn es dunkel ist dann schmeckt nicht mehr so gut so please start by cooking your sugar 200 grams of sugar and don't overheat it because it is going to turn dark and it will be bitter it won't taste really good when it's bitter so go ahead and add 400 milliliter of milk to the sugar and then you put zwiebark on your baking pan like you're seeing then magst du dann mich dazu fügen und dann drauf auf jeden fall auf den zwiebark gießen so wie ihr sehen können und du kannst dann auf jeden fall vorher viel zucker reintun wenn du so viel zucker möchtest oder in fact 200 gramm so by the way you can add more sugar if you like it more sugar or just use 200 gramm so after that leave it aside to cool the zwiebark to cool last time zwiebark kühlen und dann nimm noch meine Pfanne und cookst du dein milch das ist es vorbereitung für die pudding so you go ahead take a pan and cook the milk one liter of milk for your pudding and just leave some little milk for mixing the powder and so after that you're going to add it after you've started well to die to your cooked milk nachdem du das so schön umgerührt hast mit kaltemisch dann tust du dazu so dann gekockte mich dazu fügen und kochst du auf jeden fall weiter und umrühren auch damit die kleine klumpen dazu kommt so please continue stirring and make sure you don't have some clamps in it and after that you're going to add around 80 grams of butter to the pudding and if you like it more sweeter you can add also vanilla sugar so i added three tablespoons of vanilla sugar to the pudding shop 3 eslöffel vanillezucker auch noch zu dem pudding dazu gefügt du kannst auch lassen wenn du das nicht süß möchte and then you go ahead and put your pudding to the zwiebark like you're seeing and you put it when it's still hot by the way so that it doesn't like from clamps du magst den pudding einfach auf die zwiebark drauf wenn es noch heiß ist damit ja keine klumpen auch dazu entstehen und dann wenn du fertig bist einfach schön kühlen lassen so you just leave it to cool again and after it has cooled down you go ahead and make the tortenkuss this pack here you mix it with cold water and then cook it in hot water the instructions on the pack das sind tortenkuss und die das steht alles drauf wie man das vorbereiten wasser kochen und dann tust du noch dazu mit kaltem wasser oder saft ich habe saft genommen und dann kannst du das einfach mit mischen und dann tust du es einfach dazu zu dem heißen gekochtes wasser und immer wieder umrühren damit auch keine klumpen dazu entsteht so after you've mixed this gel like it is a garnishing kind of powder that will turn to a gel so i don't know the exact name for it but of course you just have to mix it with cold water or some juice and then add it to the boiling water and keep on stirring so that you don't have any clamps forming and after that you're going to let it cool down and by the way for this pudding it i used apricot and peaches but you can use all kinds of fruits you like name it all strawberries plums bananas cherries etc mangoes the way you like it übrigens für das kuchen oder dessert kannst du mal alles verschiedene alles mögliche obst nutzen ich habe aprikose und für sich genommen aber du kannst auch erdbeeren flaumen banane kirchen alles mögliche wie du das auch gerne hättest dann tust du auch schon verteilen auf der pudding drauf der kalte pudding so you just go ahead and put it over the pudding and because i had a very big baking pan i had a lot of fruits on top of it so ich habe eine große backblech und deswegen habe ich so viel obst gebraucht du kannst es auch die menge reduzieren wenn du möchtest auf jeden fall du kannst auch so lassen und so essen schmeckt auch ganz gut you can even eat it like that by the way without adding that gel like on the top because it will be ready to be eaten that way just let it cool and serve it when it's cold and there you go your no bake dessert simple easy and yummy is ready also du kannst es einfach so servieren auf jeden fall cool servieren brauchst du nicht mehr was unbedingt drauf machen aber wie gesagt das war meine entscheidung totenkuss drauf zu machen aber so kannst du kalt servieren und tarara dein dessert ganz schnell easy simple ist schon fertig gemacht sie ist auch ganz ganz lecker aus und ja wie gesagt sehr simpel nachzumachen so ich bedanke mich ich sehe dass ihr bis jetzt geguckt habt also wenn ihr fragen haben einfach mich schreiben ich bin übrigens auf instagram auf facebook ihr könnt mich mal auch was schreiben persönlich wenn irgendwas persönlich ist ansonsten bitte einfach unter das video kommentar hinterlassen bitte liken das video wenn es dir gefällt und weiterleiten an eure freunde verwandte und so weiter und abonnieren und auf die glocke drücken wenn du unbedingt videos von mir sehen möchtest weiteres video nicht vergessen zu abonnieren und auf die glocke zu drücken weil dann bekommst du eine kurze info so thank you so much for watching i appreciate you for being there i hope you like the video please like it and share it with your friends if you like it and don't forget to subscribe if you haven't subscribed and click on the bell so that you get notification each time i upload a video so thank you so much for watching dear ones i hope you enjoyed the video and i hope to see you soon god bless you vielen dank dass ihr dabei wart ihr lieben ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe wir sehen uns auch bald bis dann tschau tschau tschau